Die nächsten vier Viertel stehen heute für euch bereit. In der Schlange, die Crew Mission Tiefsee, Track 12, Grand Carnival und Yuck. Vier Spiele, wie sie teilweise nicht unterschiedlicher sein könnten, heute zusammen im Review. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Viertel. Das Format, in dem wir vier Spiele auf einen Schlag vorstellen, reviewen. Und heute habe ich hier eine bunte Auswahl von die Crew Mission Tiefsee, Track 12, Grand Carnival und Yuck. Von nicht mehr ganz so frisch überbremden, ja, empfohlen, bis hin zu nagelneu oder noch gar nicht auf Deutsch verfügbar. Ja, verschiedene Spiele, wie sie teilweise gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Alle gespielt wurden in den letzten Wochen, teilweise episch oft, teilweise nur ein Ersteindruck. Aber ja, das werde ich euch an dieser Stelle dann entsprechend einblenden und auch dazu sagen. Vier Viertel bedeutet, wir packen in ein einziges Video vier Spiele. Vier Reviews in einem, mit entsprechender Berücksichtigung, verschiedener Kritikpunkte, unseren Spielerfahrungen natürlich. Und wir wollen so ein bisschen auch festlegen, wer ist jetzt die Zielgruppe, für wen ist das Spiel was, für wen ist es eine klare Empfehlung. Und ich würde sagen, heute machen wir es ganz einfach. Wir starten mal der Größe nach. Die Crew Mission Tiefsee. Ich weiß ja nicht, was mich da geritten hat, warum das Spiel so lange ungespielt im Regal rum lag. Meine Frau hat es mir dann aufgedrückt im Zuge unserer Umschlag und, ja, dieser Geh-aufs-ganze-Spiel-Aktion für unser Aufgetisch. Und ich habe es gespielt, ich habe es mehrfach gespielt und ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich überhaupt noch die Crew im Regal habe, weil ich die Crew Mission Tiefsee in vielen Punkten besser, noch genialer finde als die Crew. Das sind einfach die kleinen Verbesserungen, die kleinen Punkte, die mit eingeflossen sind, was man verändert hat. Abhängig von der Spieleranzahl muss man auf entsprechende Punkte kommen, um ein Level zu bestreiten. Das heißt, es werden eine unterschiedliche Anzahl an Aufgaben gezogen. Und es hängt natürlich davon ab, wie schwer die Aufträge sind oder wie leicht sie sind. Und das finde ich tatsächlich sehr clever gelöst. Allein schon das Verteilen und die Art und Weise, wie diese Aufträge, die es zu erfüllen gibt, hier anders, besser gelöst sind, ist genau das, was dem Spiel nochmal das bisschen mehr gibt für mich. Einfach das ein bisschen, ja, wo es die Crew nochmal verbessert hat. Und wäre die Crew nicht Kennerspiel des Jahres geworden, wäre es spätestens die Crew Mission Tiefsee geworden. Schade, eigentlich, weil das das noch bessere Spiel ist für mich. Materialtechnisch gibt es hier nichts zu meckern. Man bekommt einiges an Karten, ich könnte es hier hinten schauen. 35 große Karten, dazu 96 kleine Karten und Sonderblättchen, Käpt'n, Aufsteller, Anleitung, Logbuch. Das ist vom Umfang für ein Spiel in dieser Größenordnung vollkommen in Ordnung, ist einiges drin. Material ist gut, Qualität ist vollkommen in Ordnung und das passt soweit. Vom Umfang, von der Ausstattung, alles so, wie man es sich vorstellt. Durch diese Kampagne, durch diese verschiedenen Level hat man einen langen Zeitspaß und kann den Schwierigkeitsgrad nach und nach anziehen, wenn man mit einer Gruppe das häufiger spielt. Und normal bleibt es nicht dabei, weil eine Partie dauert auch keine 20 Minuten, wie drauf steht, sondern meistens dauert eine Runde 15 Minuten, vielleicht 12 bis 15 Minuten, hätte ich gesagt, so aus Erfahrung. Und dann spielt man eh meistens drei oder vier. Das heißt, meistens landet man am Ende so bei einer Dreiviertelstunde bis Stunde und hat dann mehrere Partien gespielt. Zielgruppe sind hier natürlich alle Spielerinnen und Spieler, die kooperative Spiele sehr gern spielen. Jeder, der gerne Stichspiele spielt, ist hier definitiv gut aufgehoben und wird auf seine Kosten kommen und seine Freude damit haben. Spieleranzahl steht drauf, drei bis fünf. Es gibt die Zwei-Spieler-Variante, das habe ich mit die Crewreise gemeinsam zum neunten Planeten sehr, sehr häufig gespielt. Ich würde davon absehen, wenn ich die Möglichkeit habe, zu dritt zu spielen, finde auch mit drei und vier Spielern macht es am meisten Spaß. Mit fünf wird es schwerer, aber ist immer noch eine schöne Herausforderung und macht Laune. Würde aber sagen, ideale Spieleranzahl, drei oder vier für mich persönlich. Spielzeit, darauf bin ich schon eingegangen. Es bleibt eh nicht bei einer Partie. Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, denn hier bekommt man in kleiner Box viel Material und viel Langzeitspielspaß durch die verschiedenen Missionen. Und ich kenne niemanden, der alle Missionen schon mehrfach durchgespielt hat, obwohl ich sehr viele kenne, die tatsächlich versuchen, die Missionen nach und nach durchzuspielen. Ja, für mich ein herausragendes Stichspiel, was immer wieder sehr viel Spaß macht und was ich jetzt definitiv der Crew, dem Alten, Reich zum neunten Planeten vorziehen werde. Mission Tiefsee, eine sehr gelungene, sehr runde und sehr gute Weiterentwicklung. Und ich mag diesen Aspekt, dass ich jetzt einen Hinweis geben kann und entweder es ist die höchste, die niedrigste Karte oder die einzige. Das mag ich von der Art und ich finde es ein sehr cleveres Stichspiel. Und das, obwohl ich ursprünglich den Stichspiel so ein bisschen, ja, nichts mehr abgewinnen konnte, wenn man es so sagen möchte, weil es mir zu viel war. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Stichspiele gespielt und mit die Crew, mit der Fuchs im Wald, das waren so zwei Stichspiele, die mich wieder zu Stichspielen gebracht haben und mir sehr viel Spaß gemacht haben. Andere Spiele konnten mich da weniger überzeugen. Ich bin halt einfach nicht unbedingt der große Fan von Wizard & Skull King, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Nächstes Spiel ist Track 12. Track 12 war auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2022. Ist von Bruno Catala und Corentin LeBron. Und ist ein für mich sehr, sehr cleveres Roll & Ride, was einiges anders macht. Bis 50 Personen kann man spielen. Warum? Weil es eigentlich gerade egal ist. Ich habe es auch diverse Male solo gespielt, zu zweit gespielt, zu dritt gespielt. Spielzeit unterschiedlich zwischen 10 Minuten bis hin zu 25 Minuten. Wenn man auch mal da tatsächlich über drei Routen hintereinander durchspielt, können es auch mal 40 Minuten werden oder 45 Minuten. Wir haben hier verschiedene Spielmodi. Wir haben den Schnellaufstieg, den Expeditionsmodus. Das ist das, was ich meine mit mehreren Routen. Und natürlich den Solo-Modus, der auch gut funktioniert. Jetzt sieht man das Spiel und denkt sich erstmal, Rolla, das kostet ja ganz schön viel. Hier so ein Roll & Ride Backstrike-Abenteuer für 26 Euro, meine ich, ist der Preis. Ist das gerechtfertigt? Und ich muss jetzt an dieser Stelle einmal kurz zum Thema Material und Umfang kurz die Schachtel aufmachen, was ich normalerweise nicht gerne mache. Wir haben hier die drei verschiedenen Anleitungen. Die normale, die Expedition und die Solo-Variante. Des Weiteren haben wir hier drei verschiedene Routen mit jeweils 50 Blatt. Gehe ich mal davon aus, weil es bis 50 Spieler ist. Hier auch schon diverse Male gespielt. Und dann kommen neben zwei Würfeln und einigen Karten sechs verschlossene Umschläge. Und die sind zum Teil schon ziemlich dick. Und das ist so ein bisschen auch das, was für mich dieses Spiel auszeichnet. Wir haben hier verschiedene kleine Umschläge oder größere Umschläge mit einer, ich nenne es jetzt mal, Pseudo-Legacy-Variante. Hat man ein Gebiet mit fünf erreicht, darf man diesen Umschlag aufmachen. Hat man hier ein Gebiet mit drei mal der sieben erreicht. Hat man eine Seilroute mit neun, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie es genau war. Oder hier ein entsprechend großes Gebiet mit lauter siebenern, ein zweier Gebiet mit der elfern oder eine Seilroute mit 13. Absolut der Wahnsinn, was da nochmal zusätzlich reingepackt wurde. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, verschiedene Spielmodi, diese Mini-Legacy-Aspekte durch diese sechs Kuverts bringen nochmal so ein bisschen was rein, verändern das Spiel nochmal, erweitern das Spiel minimal und ist dann unterm Strich schon sein Geld wert. Vor allem, wenn man das tatsächlich dann extrem häufig spielt. Ich habe jetzt auch jeweils Spielpläne einlaminiert, damit ich mit einem Folienstift das Ganze häufiger spielen kann, auch mitnehmen kann in Urlaub, ohne hier großartig dann Blätter zu verschwenden. Das ist sowieso meine Standard-Empfehlung bei Roll-and-Ride-Spielen, wo man Blockblätter verschwendet, nutzt einfach ein Laminiergerät, laminiert euch den Spaß ein. Für wen ist das Spiel? Die Zielgruppe ist hier ganz klar Fans von Roll-and-Ride-Spielen, Fans von Bergsteig-Spielen vielleicht auch. Ich finde, es hat eine sehr geringe Einstiegshürde. Es ist trotzdem anders als andere Roll-and-Ride-Spiele. Es ist interessant, es ist abwechslungsreich, durch die drei verschiedenen Routen ja auch alle unterschiedlich schwer sind und unterschiedlich zu spielen sind und deswegen passt das für mich ziemlich gut. Spieleranzahl, es ist eigentlich gerade wurscht, ob ihr es allein oder zu dritt spielt, das spielt sich, egal in welcher Spieleranzahl, gut. Die Downtime ist sehr gering und die Spielzeit liegt tatsächlich im Normalfall, sage ich jetzt mal, zwischen 10 und 20 Minuten. 15 bis 30 steht drauf. Ich glaube, ich habe noch keine Partie erlebt, die länger als 20 Minuten ging und selbst die Kraxelei als Expedition über drei Berge ging, meine ich in Summe dann nur um die 45 Minuten oder 40 Minuten. Also, es ist von der Spielzeit recht überschaubar und es lädt natürlich auch eines immer wieder zu spielen, die Umschläge freizuschalten und das endlich irgendwo nochmal zusätzliches reinzubekommen. Es ist cool und macht total Laune und ich habe im letzten Monat bestimmt 20 Partien, wenn es Benson erreicht, Track 12 gespielt. Für mich aktuell mein liebstes Roll'n'Ride oder wenigstens eines meiner liebsten. Und ich habe schon gesagt, der Preis ist im ersten Moment ein bisschen happig, man bekommt aber Abwechslung, Mini-Legacy-Aspekt, jede Menge Spielspaß und damit unterm Strich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, es ist nicht ein sehr gutes, aber definitiv ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist klein, kompakt, voll und da kommt ordentlich Gewicht. Da habe ich schon in der gleichen Preisklasse Spiele erlebt, die bloß 50 Karten drin haben. Und ja, aber darüber rege ich mich jetzt in diesem Review nicht auf. Es ist interessant, auch durch diese zwei Aspekte, durch Seilrouten und gleichzeitig durch die Flächen haben wir zwei Dimensionen. Und das sorgt für Spannung, das sorgt für Wiederspielreiz. Ah, jetzt bin ich gerade viel auf Flächen gegangen, habe es nicht geschafft, so richtig Seilrouten zu gewinnen. Ah, gehe ich jetzt eher auf Seilrouten, will ich eher hohe mit Flächen oder eher Seilrouten, aber bitte mit einer 12 drin. Und es sind alles interessante Aspekte. Und es macht total, total viel Spaß. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich sehr gefesselt und hat mich sehr, sehr überrascht. Track 12, ein Bergsteigabenteuer und definitiv ein empfehlenswertes Spielchen für alle Roll'n'Ride Fans, für alle, die es vielleicht mal ausprobieren wollen. Ja, schaut es euch an. Cooles, cooles Spiel. Jetzt machen wir hier weiter mit The Grand Carnival. Das ist ein Spiel, das noch gar nicht auf Deutsch auf dem Markt ist. Das wird bei Skellig Games auf Deutsch kommen. Da kommt auch von mir noch ein extra Regelvideo an dieser Stelle. Und ich muss sagen, wenn es hier um Material und Ausstattung geht, um Umfang des Spiels, dann kommt hier wieder eine knallvolle Box. Eine solide Ausstattung mit allen Dingen auch an Holzmaterial. Das Einzige, was ich bemängel, ist, dass die Gäste ein bisschen schlank sind und ein bisschen sehr leicht umfallen. Und die Carnival Barker, wie sie heißen, also für mich sind so Marktschreier mit Megafon. Oh, Achtung, Achtung, nächste Attraktion in 5 Minuten. Die sind ein bisschen klein, ein bisschen futterlich. Aber hier, Box knallvoll, so muss das sein. Man bekommt gar nicht alles so richtig gut rein, es sei denn, man stopft und stapelt hervorragend. Im Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es in 2-Konstellationen, 3-Konstellationen im Spiel. Allein zu 2, zu 3. Und egal in welcher Konstellation, also gerade zu dritt, hatte ich auch das Gefühl, keine Downtime zu haben. Ständig war so ein, oh, was, ich bin schon wieder dran, Moment, weil man so kurz überlegt hat, was könnte man tun als nächstes. Und man hat ja über die 7 Tage eigentlich nur jeweils 5 Aktionen, also 35 Aktionen, die man im ganzen Spiel macht. Dadurch, dass man aber nur 3 Aktionsmöglichkeiten jedes Mal hat, ist es relativ überschaubar von der Komplexität und relativ gut zu erlernen, gut zum Reinkommen. Wie gesagt, es ist eher ein gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel mit von einer dankbaren Einstiegshürde, wo man gut reinkommt. Kaum Downtime, 45 bis 60 Minuten trifft es sehr gut, kann man auch einen Ticken flotter tatsächlich spielen. Es fühlt sich für mich, und es bestätigt jetzt auch meine Partie zu dritt, es fühlt sich in vielen Punkten ein bisschen Multiplayer-Solitär an. Wir haben als gemeinsamen Aspekt lediglich 3 so Verbesserungskarten, die wir ausliegen haben, nennen sich Trick-and-Treat-Karten im Englischen, ich weiß nicht, wie es dann übersetzt werden wird. Diese, da gibt es quasi den Wettlauf. Wer schafft das jetzt schneller, diese zu erfüllen und diese dann auch zu nutzen, bzw. wer die erfüllt, der darf die halt nutzen, wer sie nicht erfüllt, halt nicht. Beziehungsweise nur wer es als erstes erfüllt, es sei denn, er erfüllt es direkt im nächsten Zug auch. Ja, da hatte Ines glaube ich 2 oder 3 in unserer Partie zu dritt. Mich haben die 0 interessiert, ich habe da 0 drauf gespielt und habe am Schluss haushoch gewonnen. Und das ist genau der Punkt, was ich im Spiel ein bisschen bemängel. Es fühlt sich ein bisschen Multiplayer-Solitär an, weil wir nehmen uns zwar die Plättchen weg, aber so wirklich schlimm ist das nicht. Wir nehmen uns die Puzzleteile weg, aber meistens ist das nicht so richtig schlimm. Wir nehmen uns diese Trick-and-Treat-Karten weg, aber meistens ist es nicht so richtig schlimm. Es fühlt sich nicht schlimm an. Ich habe den Dennis in unserer 2er-Partie ein bisschen reinreiten können, waren aber dann auch vielleicht 5, 6 Punkte, was ich ihm auf dem Weg abgeknüpft habe. Aber es ist normalerweise nicht so entscheidend, es sei denn, man verbaut sich und braucht dann die Treat-and-Treat-Karte, weil die einem ermöglicht, über Bauland zu laufen oder diagonal zu laufen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ansonsten sind die fast schon ein bisschen irrelevant und uninteressant. Ich weiß noch nicht, was es auf Deutsch kosten wird. Das heißt, zum Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich an dieser Stelle wenig sagen. Aktuell kostet es international um die 50 Euro und wenn es auf den Preis für Deutsch rauskommt, dann passt das, weil da ist gut was drin. Das Ding ist voll. Das ist vollkommen in Ordnung und passt. Für wen ist das Spiel was? Ich habe gesagt, gehobenes Familienspiel, einfaches Kennerspiel, gut zugänglich, aber wir haben hier ein Puzzlespiel in zwei Ebenen. Zuerst einmal puzzeln wir uns den Untergrund, dann puzzeln wir die Puzzleteile drauf, dann bewegen wir noch die Gäste. Das ist nicht so einfach, wie es klingt, obwohl die Aktionen an sich super simpel sind. Wir puzzeln und liegen in zwei Dimensionen. Trotz allem ist es nicht schwer. Wir haben einen super leichten Einstieg, ohne dass es banal ist. Wir sehen, es ist super dankbar, super schön zum Reinkommen. Die zwölf Jahre würde ich streichen und sagen zehn. Pfiffiges Kind auf jeden Fall schon. Es ist ein sehr cooles Spiel, was man nicht unterschätzen sollte und es gibt auch für vieles dann wieder Punkte. Für 3er, 4er, 5er Sets von einer Attraktion, die dann Tickets drauf haben müssen, weil die Gäste die besucht haben und für eine gewisse Mindestanzahl an Tickets für Sonderpunkte, wenn ihr jede größere Attraktion von 1 bis 5 Größe verbaut habt. Und so versucht ihr alles zu bekommen. Ich hatte dann am Schluss, glaube ich, 4, 5er Attraktionen und von jeder Attraktionsgröße 1 und genau das Minimum an Tickets, was ich gebraucht habe. Und noch Gäste oben im Zirkuszeltdach, was auch nochmal Sonderpunkte gibt. Und das lief echt schon für Grand Carnival sehr gut. Ich glaube, meine Dreispielerpartie war die mit Abstand erfolgreichste von den Partien, die ich gespielt habe. Ich kann es Stand aktuell einfach nur empfehlen, weil es ein sehr cooles Spiel ist, was vom Thema, vom Artwork, da passt irgendwie gefühlt alles gut zusammen. Ich würde jetzt nicht diese, ja, übertriebenen Lobeshymnen singen, wie es tatsächlich andere von mir schon getan haben, aber es ist ein sehr cooles Spiel, was sehr viel Spaß macht und wo ich mich auch freue, dass es auf Deutsch kommt. Total berechtigt und freue mich drauf, das dann auch auf Deutsch spielen zu können. The Grand Carnival, das 2-Ebenen-Legespiel für alle ausgefuchsten Plättchen und Puzzle-Freunde. So, einmal kurz umgebaut haben wir hier das letzte Spiel von Michael Lew. Das ist Yuck. Yuck ist bei Puzzle Games erschienen und ist ein Familienspiel. Definitiv ein Familienspiel. Ich schaue gerade, ob hier irgendwo noch was draufsteht. Ab 8 Jahren angegeben, das passt. Und das ist nämlich genau die Zielgruppe, die Yuck auch ansprechen möchte. Aber zuerst mal fangen wir von vorne an. Material, Ausstattung, Umfang. Wuh, meine Güte, das Ding ist knallvoll. Ihr werdet hier jetzt nach und nach auch Bilder sehen. Yuck ist ein opulent ausgestattetes Spiel mit tollen Klötzchen, mit tollen Fuhrwerken, mit diesen Yucks, die sich im Kreise bewegen. Die Ausstattung ist knalle, knallevoll. Man bekommt es fast nicht mehr in die Box rein, wenn man es gespielt hat. Und das ist das Einzige, was mich richtig stört, dass die Box fast ein Hauch zu klein ist. Kommt selten vor, dass ich das sage. Bei Yuck ist es wirklich so. Man bekommt sie gerade mit Mühe nur zu. Muss dann schon ein bisschen drücken, ein bisschen rütteln, dass alles sauber verpackt ist. Und ja, es ist, es gibt einfach nichts zu meckern. Design ist toll. Das Aufräumen ist zwar ungeschickt, aber theoretisch hat alles seinen Platz. Von der Zielgruppe und der Schwierigkeit, es ist recht simpel zu erlernen. Es ist recht simpel zu spielen. Es gibt bloß drei verschiedene Aktionen, die wir ausführen können. Auch das hatte ich bei Grand Carnival schon eben gesagt. Nur, dass Grand Carnival eine andere Tiefe hat. Yuck hat hier ein sehr einfaches System. Entweder wir nehmen Waren vom Wagen. Wir legen Waren von unserem Lager in den Wagen, um Steine zu nehmen. Oder wir nehmen Waren vom Markt. Sollte der Wagen voll sein, dann legen wir die Waren in den Markt. Nicht jeder Wagen nimmt alle Waren. Und ja, das ist irgendwie relativ simpel. Dann stapeln wir die Steine zu einer Pyramide auf. Unten fünf, dann vier, dann drei, dann zwei, dann eins. Und dann beliebig einser oben drüber. Das Spiel endet aber, wenn jemand seine Schicht mit zwei, also die vierte Schicht, wenn ich das richtig habe. Eins, zwei, drei, die vierte. Die vierte Schicht abgeschlossen hat. Die vierte Ebene. Dann endet das Spiel mit noch einer kompletten Runde. Und da gilt es manchmal schon einfach clever zu planen, zu schauen, was machen die anderen. Aber ansonsten ist es eigentlich von den Regeln relativ simpel. Zusätzlich haben wir einen Glücksfaktor drin, denn immer wenn Nebelsteine gezogen werden, dann drehen sich die Jack um 180 Grad und fahren in die andere Richtung. Und dann ist Essig mit der Planung, weil nämlich einfach dann der falsche Wagen bei einem vorbeikommt. Der Wagen, der die falschen Ressourcen akzeptiert. Der Wagen, der die falschen Bausteine hat, die einem weniger Punkte bringen am Spielende. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und auch die Schlusswertung. Die finde ich nicht so genial. Denn die Schlusswertung ist für das, dass das Spiel so super simpel ist, so super einfach ist, dann doch recht verkopft. Wir bilden Gruppe von Steinen, aber es könnte einen Unterschied machen, ob ich den Jokers dann da reinrechne, ob ich da reinrechne. Wie mache ich jetzt die Gruppen, wie hole ich das maximal an Punkte raus. Ah. Das ist gar nicht so ohne. Und mehr Gruppen gibt dann nochmal wieder zusätzliche Punkte für mehr Gruppen. Also im Spiel den Überblick zu bewahren, wer hat jetzt gerade wie viele Punkte, könnt ihr direkt vergessen. Eigentlich muss man drauf losspielen. Am Ende des Spiels schauen, wer hat jetzt die meisten Punkte irgendwie gemacht. Und der hat dann halt zufällig gewonnen. Aber eigentlich geht es um den Weg und nicht um die Punkte. Füllt man zumindest. Die Spielzeit mit 30 bis 60 Minuten, das passt. Ich habe nur eine Partie gespielt. Dafür hat es gepasst. Wir haben es zu dritt gespielt. Ich glaube, wir waren so bei um die 40 Minuten. 45 vielleicht auch inklusive Regeln. Also wir waren bei gut 30 Spielzeit. Denn die Regeln lassen sich super schnell erklären, wen da die Wertung nicht wäre. Es ist fluffig. Es hat quasi gefühlt keinerlei Downtime. Und das ist auch der große Vorteil dieses Spiels. Allerdings wirkt es ein bisschen eintöpig. Von diesem Wagen nehme ich die Ressourcen. Dann kommt der nächste Wagen. Da kann ich genau diese Ressourcen wieder einsetzen, um wieder Steine zu bekommen. In der nächsten Aktion nehme ich wieder Ressourcen vom Wagen. Dann setze ich die Ressourcen wieder in den Wagen. Wenn es blöd läuft, macht ihr das in Endlosschleife. Das wirkt dann öde. Das wirkt dann richtig öde. Das wirkt dann gar nicht. Aber dazu kommen wir gleich im Review. Preis, Leistung. Aktueller Preis, ca. 44 Euro. Das ist für das, was man an Material geboten bekommt, ein absoluter Spitzenpreis. Muss man einfach sagen, das Material ist toll. Das ist üppig. Das ist man aber auch oft von Pretzel Games tatsächlich gewohnt. A la Main Network oder jetzt Yuck. Das sind immer wieder Spiele mit ganz, ganz tollem Material. Viel Holzmaterial. Und das ist schon sein Geld alleine wegen dem Material wert. Aber wie ist das jetzt mit dem Spiel? Es ist, meine Frau hat hinterher gesagt, nach der Partie, es wäre so ein Spiel. Sie würde es wieder mitspielen. Sie würde es aber nicht aus dem Regal ziehen. Und das trifft es ganz gut. Es ist so ein Spiel, das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Das macht nichts großartig falsch. Aber es wirkt beim Spielen unaufgeregt und etwas belanglos und etwas, ja, nichts sagen, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen. Und das ist echt ein bisschen schade, weil es eine tolle Aufmachung ist. Es ist tolles Material. Da passt vieles so super, super, super gut. Ja, und dann kommt dieses einfache Gameplay mit dieser sehr verkopften Regel für die Schlusswerdung daher. Und das macht irgendwie dann nicht so richtig Spaß. Das mit dem Nebel, warum man jetzt die Nebelklötzchen sammelt und dann wieder reinkommt. Das heißt, eigentlich hat man am Anfang viel Nebelchance. Dann sinkt die Nebelchance, aber gleichzeitig nimmt man ja wieder Steine raus. Und dann steigt die Nebelchance. Das heißt, im späteren Verlauf des Spiels hat man wieder eine geringere Planbarkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich das so richtig gut finden soll. Auch dieses, auf der einen Seite haben wir ein einfaches Spiel. Wir haben einen Glücksfaktor, der nicht unerheblich ist. Durch das plötzliche Drehen kann es passieren, der Zug ist komplett im Eimer. Und ich habe volle Ressourcen bei mir liegen. Kannst du keine Ressourcen nehmen? In dem Wagen vor mir liegt nichts, was ich einbauen möchte. Oder ich habe nicht die Ressourcen zum Abgehen. Das kann richtig blöd werden. Und das ist sowas, was mir jetzt nicht so richtig gefällt. Für das, dass das Spiel eigentlich so ein bisschen familiäres Vielgutspiel sein möchte. Ist ein bisschen schade, weil es das tatsächlich auch für mich die Entscheidung schwer macht. Ich würde sagen, es ist nicht so ein geniales Spiel, dass man das unbedingt im Spiel haben muss. Oder vor allem im Regal haben muss. Wer sich angesprochen fühlt und weiß, er möchte ein Familienspiel ab 8, wo halt die Wertung ein bisschen nicht ganz trivial ist, der kann sich das durchaus anschauen. Der wird vielleicht auch der ein oder andere durchaus seine Freude dran haben. Für mich ist es ein bisschen zu wenig. Und in der Familie habe ich andere Spiele, die gut ankommen, dass ich jetzt Jack nicht unbedingt brauche. Und ich weiß genau, wenn ich das mit meiner Schwiegermutin spielen würde, die würde die Regeln verstehen. Die könnte das Spiel spielen und würde hinterher sagen, keine Ahnung, was ich jetzt an Punkten habe. Erzähl einfach mal, ist mir egal. Und das ist ein bisschen schade tatsächlich. Aber kann man nichts machen. Auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Aber halt unaufgeregt und nicht jetzt so herausragend, dass ich sage, das Spiel bleibt in Erinnerung. Sondern es wird eher eines dieser Spiele sein, wovon man in einem Jahr nicht mehr reden wird. Am allerschönsten sind Reviews doch immer dann, wenn man keine Totalausfälle hat, sondern vielleicht weniger gute und richtig gute Spiele. Und so muss ich sagen, ist dieses Vierviertel-Video eigentlich geprägt durch drei sehr gute Spiele und ein Spiel, das ganz okay ist, aber nicht unbedingt zu meinem präferierten Gusto gehört oder was ich unbedingt bräuchte. Ja, diese vier Spiele kurz zusammengefasst in diesem Review-Video. Und mich würde natürlich jetzt eure Meinung interessieren. Findet ihr die Crew-Mission-Tiefsee besser als reist gemeinsam zum neunten Planeten? Seht ihr es wie ich, dann lasst es mich wissen. Wäre Track 12 was für euch? Habt ihr es schon gespielt? Für mich eines dieser Spiele, was definitiv richtig war auf der Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres. Genauso auch wie Magic Rabbit. Schreibt mir auch da gerne einen Kommentar dazu. Freut ihr euch auf Grand Carnival? Habt ihr vielleicht schon die Lobshymnen einiger YouTube-Kollegen von mir gesehen? Und freut euch jetzt wie Bolle, dass das Ganze auf Deutsch kommt? Auch dann lasst es mich gerne wissen. Und was meint ihr zu Jack? War das auch eines der Spiele, was euch von der Aufmachung, von der Grafik und dem Material direkt geködert hat? Direkt gecatcht hat, wo ihr gedacht habt, yes, genau das! Dann lasst es mich wissen. Dann würde mich das nämlich brennend interessieren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da. Schaut auch gerne hier in weitere vier Viertel und weitere Videos von uns rein. Wir würden uns freuen, euch in anderen Videos begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Spielen. Und ich hoffe, ich lese von euch und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und tschüss! Bis dahin, macht's gut und tschüss!